Die Buswelt Salzburg Die Buswelt Salzburg präsentiert ein neues Fahrzeug aus der Serie für den flexiblen Einsatz, das sowohl als Schulbus wie auch für den Reiseverkehr mit kleineren Gruppen bestens geeignet ist. Der Fahrkomfort entspricht dem Fahrerlebnis in einem bequemen Pkw. So ist im Fahrzeuginneren fast nichts an Motor- oder Fahrgeräuschen zu hören und die Rundumsicht trägt zu einem exklusiven Fahrfeeling bei. Speziell die elektrische Bustüre verleiht diesem Minibus der Marke Mercedes-Benz optisch den Touch eines seiner größeren Brüder und macht ihn zum vollwertigen Reisebus. Der breite Einstieg ermöglicht ein rasches und nahezu barrierefreies Zu- und Aussteigen. In diesem Fahrzeugkonzept wurden die serienmäßigen Heckflügeltüren beibehalten, um eine effizientere Beladung des Gepäckraumes zu gewährleisten. Auch der abgesenkte Kofferraum und der daraus resultierende Platzgewinn relativiert das generelle Gepäckproblem. Das Reserverad ist geschützt und leicht erreichbar in dem ebenfalls neu dazugewonnenen Stauraum untergebracht. Um auch für längere Fahrten bei voller Gästeauslastung gerüstet zu sein, wird automatisch eine Anhängekupplung mitgeliefert. Auch ein formschöner und geräumiger Skikoffer kann montiert werden. Im Sommer auch ideal für etwas größeres Gepäck. Vom ersten Eindruck der Fahrgäste beim Einsteigen hängt oftmals das Gelingen der ganzen Reise ab. Dementsprechend ist eine luxuriöse Innenausstattung bei Fahrzeugen von Buswelt Salzburg Standard. Viele Wohlfühldetails sind für den Fahrgast nicht auf den ersten Blick erkennen oder sichtbar, aber bereits nach wenigen Kilometern Fahrt zu spüren. Zum Beispiel sorgen gezöhnte und doppelt verglaste Fenster für ein ideales Raumklima. Die großzügig dimensionierte Konvektorenheizung, die durch die zusätzlich verbauten Gebläseeinheiten schnell und zuverlässig arbeitet, garantiert wohlige Wärme. Genauso effizient kühlt bei Bedarf die große Klimaanlage am Dach des Fahrzeuges. Anders als bei vielen Herstellern verbaut Buswelt Salzburg eine tropentaugliche Anlage der Marke SAFKA, die nicht bei Außentemperaturen über 34 Grad Celsius ihren Dienst einstellt, sondern auch an wirklich extrem heißen Tagen für angenehme Temperaturen im Inneren des Fahrzeuges sorgt. Auch Leselampen und individuelle Lautsprecher stehen jedem Fahrgast zur Verfügung. Sitzkomfort wird bei der Buswelt Salzburg großgeschrieben. So lässt sich jede einzelne Lehne in eine bequeme Reiseruhestellung bringen. Die ergonomischen Armlehnen stellen einen weiteren Beitrag zum Komfort dar. Nicht selbstverständlich im Minibusbereich, aber umso wichtiger ist auch die Möglichkeit, die Sitze seitlich zu verschieben. Auch die Einzelsitze auf der rechten Seite können verschoben werden. Hier sieht man auch die verspielten Details der Innenbeleuchtung, das Nachtlichtband am Boden und diverse Lichtstimmungen. Über den Köpfen der Passagiere ist Platz für kleines Gepäck. Der großzügige Notausstieg am Fahrzeugdach sorgt für zusätzliches Tageslicht und Komfort. Buswelt Salzburg bewegt etwas bei Mini- und Midibussen. Wir bemühen uns gerne um Sie bis zu Ihrer Entscheidung und bemühen uns erst recht für Sie nach Ihrer Entscheidung. Buswelt Salzburg und Mercedes-Benz garantiert die richtige Entscheidung. Die Welt des Busses von der Buswelt Salzburg.